Auf der Promenade in Wenningstedt wurde das alte Jahr 2023 bunt verabschiedet. Mit einer großen, professionellen, multimedialen Lasershow und einem kleinen Feuerwerk feierten viele hundert Besucher auf der Partymeile am Strand. Im Familienbad geht es in der Silvesternacht etwas ruhiger zu als in Westerland. Der Abend startete entspannt. Gegen 23 Uhr füllte sich der Platz vor dem Chursaal und bei allerbester Feierstimmung startete das neue Jahr 2024 mit einem tollen Mitternachtsspektakel. Musik 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 Musik